Wieder weg? Ja. B drücken. Hallo! Hi! Stacheln, stacheln, stacheln. Alter Nilpferd! Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Oh Gott, ich hätte fast euer Projekt gespoilert. Ich weiß ja nicht mehr, ob ich es nennen darf, was ihr gerade davor gespielt habt. Ne, das ist streng geheim, bitte verrat das nicht. Ja eben. Willkommen zurück zu Ultimate Chicken Horse. Inwiefern wolltest du das? Ja, ich wollte den Namen nennen. Oh, das bewegt sich. Kann man doch. Ne, ja, du wolltest den Namen nennen. Nein! Weil ich sagen wollte, wir kommen zurück zu und dann den Namen davon. Aber wir spielen ja was anderes. Ich verstehe. Wie bin ich eigentlich abgestürzt? Wie kann das sein? Der war der Tetris-Block oben und... Ich bin niepferd! Holy shit! Ich bin übrigens Schildkröte. Irgendwie ihr trotzdem beide auf Blöcken gelandet seid. Das war schade. Aber ich hab's ja Spiel jetzt schon wieder hoch. Ruggi, wir sind so dumm. Warum sind wir nicht in der Metro gelandet? Hey, ich wollte den Boxhandschuh. Ich weiß nicht. Warum nicht? Ich hab übrigens, äh, gesehen... Das ist blöd hier, wenn wir gerade bauen. Die Boxhandschuh machen gar keinen Sinn. Die werden nicht mittraveln, oder? Doch, wenn du's auf das, äh, klebrige Zeug machst, dann wird's... Ah ja, scheiße. Äh, in die Kommentare hat jemand geschrieben, wenn wir L1 und R1 gleichzeitig drücken, dann ist die, ähm... Kamera auf einen selber. Ich hab das Spiel 50 Jahre lang let's played und wusste es nicht. Warum hat das bei mir niemand geschrieben? W-w-was denn? Ich hab's nicht akustisch verstanden. Du hast die Folge heute erst hochgeladen, oder? Sag's Fully nicht. Ja. Aber... Ich hab davor schon... Äh, beide Schultertasten, Kamera geht auf dich. Anstatt aufs ganze Level. Ah. Kamera folgt doch keinem Spieler. Ja. Ach, blöd. Das war's im Weg, Moggi. Oh mein Gott. Dieser Satz dazu. Ja gut, das heißt, es gibt Punkte. Ja, oh mein Gott, was? Habe ich berührt? Du kriegst doch Autopsie, oder? Ich weiß nicht, ob ich's berührt hab. Das ist Autopsie. Nee. Oh. Nee, ich hab's nicht berührt. Bei uns schon, aber das ist halt... War so ein bisschen... Nee, nee, bei mir auch nicht. Bei mir auch nicht. Nee, bei mir hast du's ja berührt. Mein Wunsch wurde erfüllt. Kuckuck. Kuckuck. Bitte warten Sie alle auf Ihren Fahrstuhl. Kommt bald. Nein, warte. Hallo, hier kommt doch der freundliche Fahrstuhl, den ich extra gebaut hab. Wie soll man denn überhaupt... Ach doch, ich weiß, wie's da notieren kann. Mit der ollen Kiste. Wir werden halt genug Sachen dazufügen. Also am Anfang sollen's ja alle schaffen. Nee, wir werden nicht so viel hinzufügen, denn... Da kommen nicht mehr so viele Runden. Kann man den rotieren lassen, deinen Fahrstuhl? Bestimmt, ne? Oh, ich will... Hallo, da sind wir. Na komm, wir sind doch alle da jetzt. Was brauchst du denn? Der Fahrstuhl ist echt cool, somebody. Aber ich muss da hoch. Tja. Kannst du eine Runde mittanzen? Versuch's. Werde ich jetzt wieder weggeboxt? Bitte. Wie hast du das überhaupt gemacht, dass du selber... Oh, Zeitlupe. Okay, keine Punkte. Ah, die hab ich für nicht angemacht. Keine Punkte. Zu einfach. Ah. Mann. Keine Punkte, keine Kekse. Aber... Mann. Aber... Nein! Ich kann nichts erschaffen, ich kann nur zerstören. Mach doch da. Gib doch... Okay, dann halt nicht. Arsch. Was hast du gerade gemacht, Fully? Ich dachte, der gibt mir da ein Teil und dann hat er mir keinen Teil gegeben. Nein, das ist eine Animation. Ich hab's dann auch verstanden. Okay. Das kann noch ein bisschen hin und her fahren. Warum machen wir da unten eigentlich nichts hin? Ich versuch hier ein bisschen zuzumachen. Die ersten Plattformen sollten wir mal was dran bauen. Wir sind immer auf der Sichersten. Ich hab den Klebstoff erwischt! Ich wollte nicht, dass sich das mit bewegt. Achso, ich dachte, du wolltest das genau. Deswegen hast du das da hin. Nee! Ich hab Klebstoff... Achso, das Brett wolltest du hier haben. Ich verstehe. Ja, damit wir da... Damit bin ich wieder... Oh, wir sind alle da bevor und was passiert. Cool. Naja, nächstes geben wir keine Punkte so weit. Super Wunder. Die hat auch niemand verdient für so eine Leistung, wie wir alle gewinnen. Wieso so viele Boxhandschuhe die ganze Zeit? Holy Shit! Ja, stimmt! Was soll das eigentlich? So, jetzt. So, jetzt. Wie konnte man hier nochmal... Was mit den Boxhandschuhen? Ich seh' gar nicht, wie viele das sind. Ja, es sind so viele. Sieht aus wie Professor Titz rückte Werkstatt oder so. Nein! Oh mein fucking Gott! Ich bin doch auf die Saison gerade noch gesehen. Oh, ihr dreckiges Bild. Und dann nutzt er auch noch meine Plattform. Die ist sicherer. Aber irgendwie hat Eis reingemacht. Ich werd gegen diese scheiß Stacheln springen. Ich weiß nicht. Ich hab so einen Eisblock hingemacht, aber irgendeiner hat einen Fackel angezündet. Moment, das war gar keinen Sinn. Nein! Oh! Oh! Was mach ich jetzt, um ins Ziel zu kommen? Hochkletter. Ziel springen. Das ist nach oben. Ähm... Fuck! Das wird jetzt ein bisschen unangenehm. Oh, dir ist die Brille vom Gesicht gefallen. Das passiert mir im Real Life auch immer, wenn ich geboxt werde. Ich schaff das. Ich schaff das. Immer ausziehen vorher. Oh? Oh! 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 Nein! Oh! ciplinary Eику jetzt! Ich schaff das ja. Gib mir einfach noch ein bisschen Zeit. Meine Schwester hat früher immer gesagt mach mal Hinne und ich dachte sie meint Henne. Und ich dachte mir so, hä? Was hast du denn mitzutun? Ja, die hat das Ultimate-Chicken. Halt einfach B, Fully. Ich bin drin, hallo? Fully springt noch in den Propeller rein. Der ist zu weit. Der ist zu weit. Kein Boxhandschuh? Was soll das? Dieser Fuller wieder. Der geht easy on the Pepsi. Ich glaube es ist gerade nicht schaffbar. Das kannst du doch nur auf den Kopf stellen, oder? Das ist nicht schaffbar, was hast du getan? Hätte ich bestimmt machen können. Aber erstmal musste ich ausweichen. Ich glaube ich wurde weggeboxt. Ich habe kurz nicht drauf geachtet, plötzlich war ich weg. Das ist ja Zeug. Stimmt. Was machen wir denn damit jetzt? Äh, hier. Das da. Nein! Fissig! 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 Er hat auf einmal TTT mit mir gespielt. Sehr wichtig, mate. Stimmt. Aus Versehen. Aus Versehen. Ja, ja. Nice. Power. Meine Falle. Einer ist nicht so gut wie die anderen. Naja. Das Horst war besser als das Neil Horst. Der extra Handicap. Ich mach euch mal ein extra Handicap hier rein. Nee, die fährt dann weg, oder? Die klebt nicht, ja. Oh, ich hab Angst vor der Kanone. Ich will sie ausprobieren. Oh mein fucking Gott! Wait, was hat mich erwischt? Achso, dieses scheiß Feuerdinger da am Anfang. Nee, der Boxhandschuhe am Anfang. Oh Gott, ich hasse den Boxhandschuhe. Hallo. Oh mein Gott. Hilfe. Ähm. Oh Mensch. Ja, Fuli, was machst du? Was ist der Plan? Fuli hat sogar eine Münze. Ciao, Fuli. Der Plan? Ich komm später, ja. Oh, da ist ja noch die Münze. Oh, das ist eine Nutze. Gut. Weil er klettert. Um sein Leben. Wait, da musst du nicht hin. Musst du nicht? Das ist sicher. Aber er ist nicht so schnell. Das passt schon zu ihm. Jetzt hat er schon hintertört. Und hat gewonnen? Junge, der tanzt. Nee. Der Mann überholt mich. Der Underdog, Mensch. Der Unterhund. Warum ist hier kein Kleber? Keine Ahnung, hast du nett gefragt. Aber was ist mit dem Oberhund? Also halt Updog. Ja, mach da oben rutschig Maeve. Dann rutschen wir alle runter, wenn wir drauf sind. Oh, wenn wir richtig drauf sind, Alter. Kurz überlegt. Ist der gut drauf? Nö. Was will ich sprengen? Was spreng ich? Blumenrenne. Oh, das Brett hier, was im Wege ist. Da ist doch eins. Da ist ja ein zweites. Das andere bewegt sich. Ach stimmt. Ich weiß gar nicht, wie man hier jetzt weitermacht. So weit war ich lange nicht mehr. Das Leben muss ja irgendwie weitergehen. Nein. Ah, ich weiß gar nicht, wie hochkommt. Nein! Oh, da ist noch was im Weg. Okay. Keine erste Punkte, schade. Meine Münze, aber erster. Aber reicht, oder? Nee. Hätte ich dir. Ey, das ist knapp. Oh, ich hab' aufgeholt. Meine Fahrze hat mir mal zugeschlagen. Okay, an dem Punkt weiß ich nicht, was man machen muss, um zu gewinnen. Ach ja, der Arzt. Äh, nicht stehen bleiben. Oh, nein! Ich wünsche wirklich, wir würden nicht den Anfang zumüllen. Okay. Ich hab' gar nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, woran ich gestorben will, im Ace zu sein. Aua. Ich glaube, ich bin jetzt in den letzten fünf Runden einmal über den Anfang hinaus gekommen. Oh, ich fahr' ne Bonusrunde. Bonusrunde! Ich bin, glaube ich, so früh in die Bombe da eingestiegen. Let's fucking go! Ich hätte so'n guten Start. Let's fucking go! Naja. Das nimmt mir keiner mehr. Oh, wir haben gleich viel! Ja, let's go! Haben wir jetzt beide gewonnen? Wir grischen denn. Oh, was? Oh, ich sterbe. Oh, ich lebe. Oh, ich sterbe. Ne, da habt ihr ja nicht. Es ist nur ein Cooldown, wenn man stirbt. Oh, das kann sein. Ach so, es geht aber nur, wer ins Ziel kommt. Nein, aber ein Stacheln! Ja, ich bin down. Wie gesagt, man kommt wieder. Oh, ne, er ist schon wieder down. Ja, ich hab's nicht gesehen, wo ich das wollte. Okay, und jetzt hier hoch. Jetzt hab' ich ein Problem. Und zack! Das ultimative Triceratops. Oh, ich bin Nilpferd. Da bin ich. Nein, ich bin doch nicht hier. Au! Das stimmt. Äh? Oh, ich bin Triceratops. Das ultimative Triceratops. Jetzt werd ich einfach verändern. Okay. Ich hab' den in der Lobby auch rausgewählt. Du bist Evolved. Oh, ach so. Wahrscheinlich, weil ich's erst geunlockt habe. Gerade erst. Das nennt sich Evolution. Boah, ich spiel' mich später in der Runde Evolved. Ne, aber Spore. Was ist Evolved? Tja. Ich weiß, was Evolved ist. Ich weiß, was Evolved ist. Das ist gescheitert, Fully. Vier gegen ein. Das Monster spielen. Uh. Ich glaub's wär' ein Spaß nicht zum Set gewesen, aber der Publisher hat sie recht kaputt gemacht. Naja. Ich hab' ein paar Runden beim Anfang gespielt, aber... Ja, ich erinnere mich auch nicht an viel. Da sind Geschenke. So will ich freischalten. Okay, das ist die Metro, die legendäre. Wenn ihr mich nicht hättet, ne? Wenn ihr mich nicht hättet, ne? Wenn ihr mich nicht hättet, ne? Das ist die legendäre Metro. Oh mein Gott, das ist Elektro. Exotus oder 2033. Aber... Kann man da drauf stehen? Oh ja. Oh, die Metro ist ja richtig... Man kann auf der Metro laufen, wie cool. Aber... Tun die immer weh, die Schienen, oder nur wenn Blitze da unten lang gehen? Warte mal, man kann darauf laufen? Warum bin ich da gesto... Ja, wahrscheinlich ein bisschen... Wenn die Blitze kommen, dann tut's weh. Okay. Ne, ich mein' nicht unten. So, ich dachte, man schlubbt immer. Ich glaube auch immer. Vielleicht. Wäre komisch, wenn man da einfach lange rennen kann, oder? So ne entspannte Cowboy-Musik hier an der Metro. Du hast hier Musik? Ja, ja. Perfekt. Gerne, immer. Na, das war ja schön. Au. Das taktische Abwarten. Morgis. Ich wollt grad was sagen, aber hat das erledigt. Der, der, der Fan war für ne gute Idee. Naja, hab ich, hab ich auf jeden Fall mich selbst sabotiert, erfolgreich. Äh, jo. Das waren ja langweilige Sachen. Das war schwerer machen. Das war auf jeden Fall nicht nett. Nein! Nein! Ah! Ach komm! Als ob ihr alle darüber gekocht seid. Was? Das war doch nicht! Nein! In die Stacheln! Let's go on the Pepsi! Kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein. Kann man einen Fallenpunkt bekommen, weil Johnny auch reingesprungen ist. Der Puck hat schon jemand gepuckt. Noch höher. Hm. Uh. Ich glaub, das wird jetzt erstmal sehr einfach sein. Und der Puck wurde geblockt von ner Blume. Schade. Au, achso. Das war ich damit sehr einfach. Ich bin vorhin nicht rüber gekommen. Shit. Du kannst einfach nach oben gehen und dann kann ich nichts mehr erwischen. Wurde geschlagen? Ne, da ist ne Decke. Oh, ist doch nicht einfach. Alles gut. Ich dachte man kommt oben durch, aber kommt man nicht wirklich. Ja, ich dachte auch, dass da keine Decke wäre. Aber ich lag falsch. Oh, Fully zeigt uns allen, dass man's kann. Ne, ne, ne. Der hat nicht die Papierflieger-Streads, die er braucht. Oh, 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 oh. Was meinst du? Hä? Alles gedotscht. Das war, das war mein erstes Mal drin. Das kenn ich. Die Papierflieger, die machen keinen Schaden, oder? Ne. Aber man kann auf denen draufstehen. Mhm. Und wieder was gelernt. Er ist mutig und hol die Münze. Ich hab keine Ahnung, was ich mit dem Teil machen soll. Einfach irgendwo hin. Bis dich vorliegen. Ja, die Decke. Ich hab den da platziert. Prostet, dass die dumme U-Bahn kommt und ich hab nicht gewartet. Aua. Aua. Die U-Bahn sollst du warten, wenn du irgendwie irgendwann mal noch nach Hause willst. Die hat das Gegenteil gemacht, als mich nach Hause zu bringen. Was? Der Papierflieger hat dich so sabotiert. Ich wusste nicht, dass du einen wegschubst. Ach ja, schön. Ich will auch gar keine Punkte, also es ist eigentlich ganz okay. Lass die noch mal hier so am Ende schießen. Für die Spannung. Oh, das ist hier ein bisschen Nervenzitzel. Oh, das ist ein bisschen Nervenzitzel. Oh. Was? Das ist so eklig hier der Anfang. Aua. Ach so, ich krieg mich um dann. Jaja, die Vorderseite tut echt weh. Au. Oh. Aua. Los, Maeve, gönn dir die Punkte. Aber das ist voll die gute Map. Meine Falle! Ja! Das haben wir ein bisschen gefährlich gemacht am Ende. Das ist aber ne schöne Map, finde ich. Ah, das Ende ist schon... Ja, das ist in Ordnung, die Map. Nicht das Ende ist das Problem. Eigentlich ist alles das Problem. Aber ich hätte so gerne den Venti gehabt. Dann sag mir doch wohin. Ich tu dir den Gefallen. Ich will ein Venti nach oben. Bis man der U-Bahn ausweichen kann. Ja. Und wie konnte man die noch woanders drehen, die Gegenstände? Wie war das? Oh, Zombie, das ist so schlimm. Y, glaub ich, oder? Oh mein Gott, ich seh, was du da hingesetzt hast. Oh nein. Oh nein. Ich versteck mich erst mal. Ciao. Ist das gemein mit dem Feuer da. Ich bin da viel zu gut durchgesprungen. Damit hat er nicht gerechnet. Ja. Wir sind da alle grad viel zu gut, muss man sagen. Wir sind Profis. Jeder kommt ins Ziel die ganze Zeit. Keine Punkte. Uh, Säge. Oh, pass mal auf. Jetzt machen wir was Lustiges. Was finde ich besser? Super Meat Boy oder Super Meat Boy Forever? Oh mein Gott. Super Meat Boy Forever? Johnny, was hast du getan? Abstand. Abstand. Aua. Oh, aber wenigstens kann man jetzt erstmal über die scheiß Bahn drüber warten. Als ob ihr da hochgekommen seid. Am Anfang wurde zum Glück was Nettes hingestanden. Wer hat den Ventilator da hingesetzt? Das hab ich da hingesetzt. Das war eh die Antwort auf die Frage. Okay. Was geht hier ab? Aber ich bin da nicht hochgekommen. Ich bälle. Und sonst eigentlich nur die Stachelkleck von außen. Jo, was geht hier ab, Leute? Was geht ab? Wir sind jetzt zurück bei einer neuen Folge Chicken Horse. Oh, da ist ja noch ein Ventilator unten. Oh, die drei Münzen da. Das wären so viele Punkte. Wunderbar, direkt vorbei. Was ist das? Oh, man geht noch mal zwei Münzen nicht auf. Was ist das? Was ist das? Also ich pack dir hier jede Runde hin, die Münzen, die ich mir nehme. Okay. Das ist ein Geldspeicher einfach. Geldspeicher oder ein Geldscheißer? Goldesel. Also jetzt ist es wenigstens so, wenn einer ans Ziel kommt, dann hat er gewonnen. Ich dachte, ich kann drüber springen. Als erstes ans Ziel kommen? Okay. Ich bin schon wieder. Nein. Diese dummen Wandsprünge, die ich nicht plane. Nein, was? Dieser eine Ventilator ist das einzige Hauptproblem irgendwie. Nee, die einzige, diese Kugelfalle von mir. Die fucks so ab. Die ist auch ein Problem, das stimmt. Okay, jetzt kann ich hier wenigstens bouncen. Wie hüpfe ich jetzt zwischen den ganzen Sachen durch? So. Oh, du kannst da durch. Okay. Jetzt verkackt er noch, pass auf. Ja, jetzt werde ich von der S-Bahn überfahren. Oh mein Gott, guckt euch diesen Reichtum an. Er hat gewonnen. Guckt euch diesen Reichtum an. Das reichste Hippo der Welt. Ich muss ja auch mal zu Ende sein, hier diese Qualen. Was ist das? Disco Boogie. Nee, vielleicht hat ein paar Moves. GG. Und jetzt bin ich wieder ein Triceratops. Ja, ja, gemäß ich halt die Schlange. Triceratops bei Nacht, Nilpferd bei Tag. Gibt's eine lustige Farbe? Das ist seine Superheldenform. Peter Parker? Oh, Peter Parker, Pix Peppers. Okay, ich kann meine Farbe nicht mehr ändern, weil's losgeht. Ah! Oh nein! Ich lass dich jetzt abgewählt hast, aus Versehen. Ne, ne, ich bin ne weiße Schlange einfach, glaub ich. Der Pia. Oh, nö. Den hatten wir ja nicht. Oh, das kenn ich! Oh, ne, ich bin aber die Grüne. Okay. Der Pia! Der Pia hat's letztes Mal begonnen. Ich glaub, das ist egal, was du einstellst. Du bist irgendwie immer an eine Standardeinstellung. Auch möglich. Mach was Gutes draus. Mach was Gutes draus. Und wenn man dich mit einer Schockpistel abkriegt... Ich denke, das fuck richtig ab. Spür doch später. Das fuckt so ab. Das fuckt mich nicht so sehr. Go, Maeve. Die Abkürzung. Go. Huiuiui. Holt der Skaten in Schlange. Ich fühl mich so mobil. Trotzdem sind wir entlangsammelt. Alle da. Wie lieb die Abkürzung für euch? Wie lieb die Abkürzung für euch? Schnell, oder? Und ich wollt den Venti. Ich hab ne Holzplattform. Okay, Morgi, wo soll der Venti hin? Keine Ahnung. Irgendwo so, dass Leute in die Kanone reingeschleudert werden. In die Kanone rein? Ja. Ne, das wird nicht... Äh, gut. In die Kanone. Dann müssen wir da oben halt noch die anderen Wege zumachen. Shit. Oh scheiße, die Kanone. Das ist echt schwer. Shit. Man kommt hier nicht durch. Man kommt hier nicht durch. Dein Plan hat funktioniert. Da oben braucht es schon dich. Da hat jemand ein bisschen Weizen aus dem Villagerdorf reingeschleudert. Da oben ist schon seit der ersten Runde keiner durch. Oh, ne. Uh. Versteckte Hüthera. Ja, um auf Nummer sicher zu gehen. Nicht, dass jemand auf dumme Ideen kommt. Müsst'n Weg nach oben irgendwie machen wir. Wir kommen so nicht weiter. Ne, das ist glaube ich nicht schaffbar. Schneller. Okay. Okay. Oh, ich wollte da hochklettern. Nein! Ne, hab ich hier umgedracht. Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott, let's go. Ich wünschte, das hätte ich gesehen. Ich war zu beschäftigt damit zu schärfen. Ist das Wasser weg? Ich weiß selber nicht, wie ich es gemacht habe. Das Wasser ist weg. Ich bin durch den Ventilator an der Kanone vorbei. Über die Stacheln. So wie Volli grad, nur ich bin drüber. Oh, warte. Nein! Ah! Ich hätte grad die Idee gefunden, wie ich da lang kann. Oh mein Gott. Ich fliege ein bisschen. Wo ist der hergekommen? Ich krieg nicht mal Fallenpunkte für die Kanone. Das ist echt fies. Ja stimmt, weil man daran nicht verhält. Man ist nicht an der Kanone gestorben, sondern mit der Kanone. So, wenn wir irgendwas Bewegendes haben können wir den Ventilator noch funen. Warte, die Kanone hast du gar nicht platziert, Zommel. Du hast den Ventilator gemacht. Stark. Ja, aber die Kombo. Ja, ich weiß. Ich fühl mir nur grad auf. Oh mein Gott. Was hast du gerade getan? Wer ich? Ja, du. Oh Gott. Ja, du. Niemals. Verdammt. Ich lebe. Easy. Wie sieht's aus, Buller? Wie hast du das gemacht? Scheiße. Wo bin ich? Tja, da waren leider Kettensägen. Nein, scheiße. Scheiße, der Kleber. Oh Gott, da kann man drüben. Ist das nicht gut da drüben? Oh Gott, das wäre ja okay. Oh ja. Wie hast du das geschafft? Let's go. Punkte. Wisst ihr, du müsst euch vorstellen, der fährt auch noch Skateboard. Das ist umso schwerer. Oh nein. Oh, alle Zeiger sind da sofort hingerast. Oh, wir werden die schwarzen Löcher. Sehr schön. Ich weiß, die Kanone sollte ins schwarze Loch schießen. Oder ins Feuer, falls du entkommen kannst. Ich glaube, das ist gerade unschaffbar. Ja. Nein. Nur mit der Einstellung. Nicht gerade. Es ist schon die ganze Zeit unschaffbar in meinen Augen. Ja, unschaffbar. Na ja. Schade. Ich denke nicht. Meine Güte, Speedrun. Ich mag es, dass du die eine Kettensäge hoch und runter fährst. Aber... Drei Punkte. Meinst du den Kreis? Ah. Oh! Oh! Das hab ich da hingesetzt. Oh nein! Wie bist du ans Ziel gekommen? Aber da links war eine Münze. Die wollte ich holen. Ich leg noch eine hin. Ah, die kann ich nicht. Zu langsam, ey. Ne, gib du die hin. Oh, das mag ich gar nicht. Vorsicht. Ja, ja. Oh, ich hab mal einen falschen Charakter geguckt. Aua. Ah, nein. So, und was jetzt? Ja. Das wird schwer erstmal. Oh Gott, was klappt. Oh Gott. Diese Stacheln da sind unmöglich. Ich glaub, man könnte mit dem Hydrant vielleicht rüber, aber man hat echt nicht viel Zeit, um das hinzubekommen. Fuuuck. Fuuuck. Gut, dass Axelogen springen können. Na, die gute Kanone. Das schwarze Loch. Oh nein. Ne, ne, ne. Hier wird nichts weggesprengt. Okay. Naja. Okay. Ja, das schwarze Loch ist immer noch ein bisschen im Weg, auf jeden Fall. Okay, ich seh den Weg. Obwohl, der ist eigentlich gar nicht mehr so leicht zu bekommen. Vorsicht, du Armbrust. Ich bin über die eine gesprungen und die andere reingesprungen. So ne Scheiße. Nein, nein, nein. Es war mein Moment, wo ich vielleicht mal hätte gewinnen können. Ah. Was sollen wir hier machen? Oh, man kommt trotzdem nicht rein. Nein, was? Ich bin ins Wasser. Ähm, Moggi ist drin. Oh, der Stasse ist weg. Alter, Moggi, das ist deine Mäler. Ich bin ein Macher heute. Deine Mäler. Moggi lief dieses Level. Ahhhh. Ein Punkt zu wenig. Keine Falle hat gereicht. Wie kann das sein, dass keiner meiner Fallen mir je Punkte gegeben hat? Hm. Ja, vielleicht sind sie schlecht. Ja, vielleicht. Ich sterbe dauernd an denen, aber ist okay. Und wir kann mich noch mal drehen. Jetzt müssen wir hoffen, dass Moggi irgendwie... Wenn du Sprinten gedrückt hältst, dreht es sich anders. Ach, Sprinten, genau. Perfekt. Oh, was das geht. Oh, von einem Pfeil. Was? Ich hab extra diesen Weg hier oben. Ich wurde von meinem eigenen Ding abgeschossen. Ich hab extra den Weg hier oben gebaut. Nein! Nein! Okay. Ich hätte bestimmt einen Fallenpunkt bekommen, wenn ihr... Ach. Das Feuer ging zu schnell an. Einer hat ins Ziel kommen müssen. Er hat einen Fallenpunkt bekommen vielleicht, ja. Keine Punkte für den Fuller. Jetzt hab ich das wieder dicht gemacht. Hm. Was will ich überhaupt wegsprengen? Alles warum? Alles warum, Bulli? Ja. Bulli, das ist wirklich... Hey, du hast das... Aha! Was, ich wäre ans Ziel kommen können. Ich hab das genau gesehen. Oh, oh. Naja, kommt für mich ans Ziel, bitte. Nein! Oh, nein. Johnny, komm für mich ans Ziel, bitte. Cool. Wer hat die denn da hingelegt? Johnny, komm hoch. Warum da nicht hoch? Seh jetzt. Okay. Wieso so viele Münzen, hä? Ah! Das ist mir vorhin auch passiert. Okay, Johnny. Das ist so mies. So nicht. Ich sehe nicht, wo es Wasser ist. Aber ich höre Wasser. Man hört noch was. Hä? Wie machst du das? Man hört noch was. Ich hab keine Ahnung, wie er das macht. Ja! Ah! Ja, egal, zweiter Platz. Ah! Ah! Oh mein Gott, war das close. Immerhin Punkte. Das ist mir die Arara. Das ist mir die Arara. 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 Das ist ja, wenn du ein Papagei bist. Ein Arara. Wie schon? Die Windmühle war kacke. Den Eisberg mochte ich auch nicht. Weltraum war das größte, das dümmste Level. Es gibt Weltraum? Oh mein Gott. Nein, da... Oh nein. Waren wir im Weltraum? Ja, da waren wir im Orbit für den Planeten unterwegs. Das war so scheiße. Oh, das klingt so gut. Nein, nein, das klingt überhaupt nicht gut. Hey Milf. Hey Milf. Der Host beginnt das Spiel. Muss ich jetzt was drücken? Nein! Nein, jetzt müssen aber nur alle auf einer Plattform stehen. Achso, die standen noch nicht alle. Naja, es war schon bei 4 Minuten, aber dann hat uns noch irgendwas geändert. Oh, Weltraum ist es nicht. Der Vulkan. Mogis Wahl. Ja. Heiß. Die bedrohliche Musik hier. Der Vulkan meiner Wahl. Okay. Optionen, Einstellungen, Audio. Ah, ich hab die Musik auf, passt aus. So, jetzt höre ich Musik. Oh, bedrohlich. Boah, ich weiß nicht, wie gefährlich die Lava da ist. Da spürt man direkt die Hitze im Nacken. Ich weiß nicht, wie gefährlich die Lava ist. Die ist ziemlich gefährlich. Nee, da auf der Treppe meine ich. Ist ja hier wie Mogis Laden, ey. Geht die ganz runter? Was geht denn da am Anfang weiter? Genau so ist es auch, genau, als wir das Level schon mal gespielt haben. Ich erinnere mich wieder. Gott ist genau das ist ständig passiert. Hier ist es ständig. Punkte für den Fuller! Ach, jetzt kriegen die alle Punkte, weil ich... Ach, komm. Oh. Der hat die Musik leiser gestellt und seinen Einsatz verpasst. Ja, jetzt macht er noch irgendwelche Tricks da. Boah, jetzt sind die eine... Wir haben jetzt ein Skateboard. Ich bin auf ein Trans-Tier gelaufen. Nein, nein, du wolltest auf dem Treppengeländer noch ein bisschen grinden. Okay. Ist das... Ne, ich hab nur einen Teil, okay. Was ist das? Ich hätte zwei bekommen. Was ist das denn schon wieder? Oh, oh, oh. Holzbrett, Holzbrett. Was macht man denn damit Lustiges? Nicht in die Lava stellen. Nein, 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 nein. Ja, ja, oh. Könnt einfach ein bisschen knapper machen. Oh, es ist so knapp gewesen. Holy shit. Schön nach oben gucken. Nicht vom Puck treffen lassen. Ah, wir können gar nicht vom Puck treffen werden. Baubildlich. Leider. Und jetzt von der Treppe geärgert werden. Oh, oh. Die Treppe ärgert mich so sehr. Diese Treppe. Oh, ist das hier scheiße. Wir machen das, Johnny. Okay. Nein, du warst auf den Weg. Nein, du warst auf den Weg. Ich dachte, wir machen das. Leider nicht. Leider nicht. Oh nein. Lied, ihr Narren. Und damit meint er die Adler. Äh, das ist doch gut hier, oder? Oh mein fucking Gott. Ja doch, ich denke, wenn wir kurz zum Ziel sind, hat man eigentlich nichts gegen eine kleine Erfrischung. Ja, aber einen kleinen Schluck Wasser. Au. Ja, das ist nämlich so ein kleines Schlückchen. Ich nehme noch ein Schlückchen. Das Leben muss ja irgendwie weitergehen. Warum soll das Leben zu Ende sein? Au, da kam ein Puck von rechts. Ja. Von oben. Das ist wie auf dem Eishockey-Feld hier. Ach ja, die Lava blockt das aber. Dieses Schlückchen Wasser hat mich gestört, muss ich sagen. Oh mein Gott, Fully lebt. Oh mein Gott, Fully lebt. Was? Oh mein Gott, Fully lebt. Ist der einer oben? Hä, wo ist der? Da ist einer oben. Oh Gott. Der oben hat mich auch erwischt. Wie mache ich das denn jetzt? Was ist das hier für ein Kreuzfeuer? Vorsicht, da ist einer oben Fully. Ja, ich sehe schon. Nur nicht auf der rechten Seite der Plattform stehen. Oh Gott. Auf die Treppe, auf die Treppe. Auf der Mauer, auf der Lauer. Mit beiden Hydranten. Mit beiden Hydranten. Den Hydranten. Den Hydranten. Das ist so nervig. Das ist so nervig. Alter, nein. Jetzt der Puck. Oh Gott. Oh, ich liebe es, dass ich den Hydranten eingestellt habe. Ich liebe diese Drehkonstruktion. Oh Gott. Nein! 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 Feuer und Wasser. Willkommen auf der Plattform. In perfekter Symbiose. Boah, ich wünschte, wir könnten an diese Treppe noch eine andere Treppe auf die andere Seite ran machen. Können wir. Einer muss nur Klebstoff bekommen. Oder das hier. Oder Blumen. Boah, das dreht jetzt nochmal alles, oder? Doppelblume. Wenn die eine dich nicht erwischt, klatscht dich die andere bestimmt. Das ist genau da, wo es schießt. Ja. Das ist nicht wirklich Sinn so. Wir machen einfach. So. Das ergibt Sinn. Ist das jetzt dran, oder habe ich es verkackt? Ja, doch, 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 doch. Oh, oh. Oh, oh. Ich verkackle gleich was ganz anderes. Die Musik ist so dramatisch hier. Oh Gott. Ich sehe auch ein Vulkan. Tschüss. Habt ihr mal Bowser bekämpft? Hey, ich stand doch extra da, wo der Puck uns nicht trifft. Mich hat der von rechts getroffen. Der Puck bewegt sich doch. Oh, mein Gewinn hat nicht funktioniert. Mich hat der von rechts getroffen, glaube ich. Ja, wir wurden irgendwie beide gleichzeitig weggesnullt. Und wie mache ich das jetzt? Okay. Einfach gewinnen. Okay. Aua. Na gut. Na ja. Zwei Fäuste für Full. Ich wollte gerade springen, aber ja. Ich habe gezögert. Zwei Fäuste für ein Halleluja. Nein, das wollte ich. Ich nehme das, was über ist. Box. Die Kiste. Die Kiste. Die Kiste ändert jetzt alles. Die Kiste kann ganz schön schlimm sein. TJ Ted Wyler weiß, wovon ich spreche. Meinst du Dead Wyler? Ja, mein Dead Wyler. Ich glaube ja. Peinlich. Richtig peinlich. Ne, ich bin fair, ich mache nicht den Anfang komplett zu. Jetzt bin ich nämlich immer am schlimmsten. Ja, dann mach das hier zu. Ja, dann mach das hier zu. So kann man wenigstens am Anfang noch vorankommen, ohne dass man von... Ich meine, Maeve, wir sind nicht auf der U-Bahn. Maeve, du musst nicht mit allen mitspringen. Manchmal ist es auch besser, einfach ein bisschen zu warten. Am was? Okay, Muggi, ich gucke bei dir zu und lerne. In der Ruhe liegt die Kraft. Ich zoome ein bisschen raus für uns alle. Sehr ruhig aus bei dir, Muggi. Shit. Ja! Punkte! Boah, da hat der Säge so durchgemacht. Hat Johnny es geschafft? Nein, der war so. Er tanzt einfach nur. Wie soll er bis dahinter fliegen, nachdem er es geschafft hat? Oh, da links will man rüber. Die scheiß Kreissäge kam in genau falschen Moment. Kann man nicht einfach von linksabrechts vorschwungen? Wo rüber? Also von links, von meiner Stahlplattform, direkt rüber? Oh, wo rüber? Was ist ne Führung? Wo bist du da rüber? Über die Kreissäge? Nee, wenn die Kreissäge vorbei ist, dann einfach den weiten Spuren rüber. Ja, das wollte ich, aber dann bin ich abgerutscht. Bei so vielen Blumen müssen auch die Bienen hin. Das ergibt nur Sinn. Das gefällt mir. Oh, nicht der Tetris-Block. Oh, Second Chance hier unten. Wo bin ich da? Oh. Wie machen wir jetzt am besten weiter? Nein, Werfti, nein! Oh Gott. Ich will ja mit der Kamera rauszoomen. Ich glaube, das gefällt mir besser. Wie ging das? Ach so. Oh mein fucking Gott. Oh mein fucking Gott. Der bewegt sich ja. Oh mein Gott, der hat uns beide erwischt. Ich hab nicht mal den Schuss gesehen. Als ob bei uns da wegsnipe. Ich hab den Schuss auch nicht gehört. Gehört? Noch eine letzte Chance hier unten. Tut mir leid schon belegt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Das ändert alles. Johnny? Neun Weizen sind das. Johnny? Johnny? Ich hab mich noch nie so ungeduldig gesehen, wie wenn Zombie und Johnny. Hol erstmal Luft. Wir haben vor der Aufnahme darüber geredet, dass bei Pulli in den Kommentaren stand, dass ich bei Johnny ungeduldig wurde. Aber bei Alts mit Chicken House kann ich mich an nichts erinnern, wo das so war. Vielleicht hat mich jemand mit Pulli verwechselt. Nein! Ich hab gar nichts getan. Ich auch nicht. Oh, Mocki willkommen zurück. War das einer meiner Blumen oder war das Zombies Blumen, die dich geboxt hat? Baby, läuft die Second Chance bei dir. Ja. Das ist nicht meine Second Chance. Meiner Second Chance auf der anderen Seite. Das ist nur so schnell. Ja, weil du bist ja trotzdem auf einer gelandet. Oh. Ja, da kommst du nicht mehr hoch. Let's go. Go, Maeve. Oh. 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 In seinem Gesicht. Wie auch schlendert, ey. Oh, die Second Chance ist echt nicht so gut. Ah. Die ist für andere gegangen. Der eine Ring. Ja, ist okay. Ich will auch gar keinen Punkt haben. Ja, das hab ich für letzte Runde auch gedacht. Nehmen wir was gleichzeitig? Okay. Ja. Cool. Let's go. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab's echt spät gesagt. Ich hab mich geistig schon entschieden. Ich mach, ich mach hier einen Parkour nach oben, falls du nochmal hier runterfällst. Ja. Ich mach mit. Hier muss noch so einen riskanten Sprung liegen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, ja. Wie ich lande da. Ja. Ja, halb. Na was? Bin ich zweig auf den Rutsch? Ich hab so Angst vor dem, vor der Puckmaschine. Die Puckmaschine kommt bald. Ah. Ja. Ich hab mal schief mitgekommen für die Puckmaschinen-Kiss. Hm. Ja, ähm. Hm. Da ist jetzt noch der Ambrosie-Pistrand bei der Puckmaschine. Ja, wie kommt man jetzt leider. Ja, ich bin jetzt. Ja, ich bin jetzt. Ich stresst sehr. Ich hab mich auch dran gemacht. Ich mag's, dass Tommy durch die Tür gegangen ist. Huh. Münze. Er hat's geschafft. Ja, immer wieder eine Ehre, wenn wir mit Tommy gewinnt mitspielen dürfen. Jawoll. Kobra. Ich bin eine Schlange. Warum bezeichnet es mich immer falsch? Wieso ist das keine Schlange? Ja, aber ich hatte die Kobra als Skinhouse gewählt, aber das sieht man wieder nicht. Ach so. Darüber geht ja wieder mal niemand. Ich bin ein Axolotl. Ich bin ein Axolotl. Sag mal Axolotl. 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 Lothl ist Englisch. Auf Deutsch Lothl. Lothl. Axolotl. Okay. Oh, jetzt bist du ein Kobra. Ja, aber gleich im Level bin ich wieder eine Schlange. Hüüüüüüüüü. Nee, doch nicht. Wir machen die Windmühle. Habt ihr gerade angetäuscht? Süß! 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 Oh ich hab nichts äh Oh da hier Zahnrad Guck mal Na ok dann wollte ich den Heuballen Da wollte ich nur mal teilen Und dann sowas Was soll ich drehen In die Papiermaschine Ok Maeve Wo drehen wir sie? Nach unten Oh ja warte Mach du erst deins Ich der Dann setzt du deins woanders hin Hier macht Dann drehen wir insgesamt Na gut Wird das funktionieren? Ja klar Nö, wir kommen nicht ans Ziel Doch klar kommen wir ans Ziel, hä? Was? Wie hast du das wieder angestellt? Auf den diagonalen Papierflieger Wo bin ich, oh Gott Ich dachte, man kann da oben raus Man kann hier stehen Und dann kann man nach links Dann kann man da hoch Auf den Papierflieger Jetzt kriegt ihr Punkt Weil ich gestorben bin Wir sind auch schon gestorben Ich warte noch auf den perfekt geworfenen Das ist ein bisschen schräger, oder? Ach nein Ich dachte, man kann auf der Rückseite landen Aber geht anscheinend nicht Oh doch, wie bist du da hingekommen? Wie ist denn da hingekommen? Ich habe keine Ahnung So, nee Oh mein Da, wo das Loch ist, oben Kann man drin stehen, am Rand Ja, da, wo Mike gerade geübt ist Ja, genau Ich wollte ja die Pyramide Könnte auch B drücken, um aufzugeben Ich könnte B drücken Gebt mal einfach auf Als ob man da hoch Was? Gebt mal alle auf Während Maeve und ich es einfach holen Johnny holte sich noch die erste Punkte Warte, Maeve ist noch nicht drin Maeve ist noch nicht drin Maeve muss noch warten, ja Im Briefing stand nicht, dass ich springen muss dafür Haben wir dich nicht CC gesetzt? Johnny war erster Was? Scheinbar nicht Was? Du bist vor mir reingesprungen Du bist doch schnell hingehebt Ach so, du warst noch nicht drin Nö, ich habe euch zugeguckt Oh, ich mache noch einen Kleber ran Ja, aber du kannst doch auch zugucken, während du drin bist Oder ist das dann vorbei nach einer Zeit? Das ist so ein Blödsinn Ich habe keinen Bock, die Münze zu holen Ich weiß nicht, wer sie hat Hä, wo bin ich? Ah ja Was? Wieso hast du die Scheiße? Es wäre hier ja durchgekommen Hä? Warum bin ich tot? Ja, warum bin ich tot? Ja, Johnny Hä? Hä? Warum sind die nicht tot, wenn die da reingehen? Da bin ich schon Die können mich noch abschießen Oh Gott, hab ich gerade angerufen Entschuldigung, bist du mit mir auch noch? Der Papierflieger! Ja Du lebst noch Okay, Moggi fängt jetzt erst an Moggi sagt, in der Ruhe liegt die Kraft Wo bist du? Der ist da drin Er hat das Stachelteil berührt Das Stachelteil! Da ist ein Stachelteil drinne Oh, daran bin ich gestorben Das macht dich doch so merkwürdig Warte, wie zur Hölle habe ich das überlebt damit? Ja, habe ich das überlebt? Ja, auch Ich habe keine Ahnung Das habe ich mich auch gefragt Das schlägt ihm fast doch glatt den Boden aus Ich muss hier noch so ein zweites Teil hin, was ich so aufdrehen kann Oh ja, mit dreimal Kleber dran Die Seite Die Münze hole ich trotzdem Na, nimm die mit Ah, jetzt habe ich die Stachelteil erwischt Bin ich nicht tot? Glaube ich auch Ich glaube ich will auch Oh mein Gott, der arme Baby So gemein In genau dem Weg, wo ich stehe oder was? So gemein Ihr holt die Münze nächste Runde oder? Der hat mich letzte Runde erwischt Vielleicht Das perfekte Objekt Für Missionenmünze Oh, man kann hier nichts hin bauen Oh Oh, äh Hm Hm Ach, komm Ich will es noch nicht leichter machen Ich will es irgendwie Ja, 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 ja Nein Nein, die scheiß Münze kommt schon Ah Ja Nein Wie ist dir das passiert, Morgi? Uh Der perfekte Wegger Oh mein Gott, der Füller Ah Wie ist er noch hochgekommen? Achso, indem man Ich verstehe Oh mein fucking Gott Indem man Indem man Die Lücke des Honigblocks erwischt Oh, holst du dir die Map? Oh mein Gott Ja Ja Ich glaube es nicht Let's go Die wurde angeschossen bei mir vom Puck Hä, aber man kriegt sie jetzt nicht oder was? Mann, hättest du mir nicht die Münze überlassen können? Ich hätte gewonnen Ich sehe es Ich habe Angst Das kann man doch nicht zulassen Ja Ach nö, nicht das schwarze Loch Ja, irgendwie links sollten wir gefährlicher machen Klebst da dran Klebst da dran Klebst da dran, Johnny Ja, das ist das Drehende, oder? Ja Oh oh Hm Und Instant Zeitlupe Kuckuck Nein, 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 nicht da hin Nicht da hin, nicht da hin Das macht gar keinen Sinn Das ist einfach hier hin Warte mal, dann will ich nicht mehr lang hüpfen Ach komm schon Komm schon Let's go Johnny Komm schon, let's go Warum bleib ich hier beim Kleber hängen und ihr nicht? Blieb Outer die ganze Zeit hängen? Der hat eine Lücke, die muss man treffen Ich weiß, der bin hier hingestellt Achso, achso Easy Na ja, am deeds hab ich noch nen Fallen Punkt bekommen Das große was die war Achso Lottl Gigi Ich dachte Lottl Ich dachte Jonathan Na dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge Lottl Lottl Bis zum nächsten Lasst einen Lottl unter dem Video da, wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dann Tschüss Tschüss. Tofu-ba-bu-hu. Tofu-ba-bu-hu.